Guten Morgen nochmal von mir an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich bete kurz. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier. Wir danken dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Und wir danken dir, dass du durch deinen Geist heute Morgen hier schon gesprochen hast und auch jetzt sprechen möchtest. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind, das anzunehmen und aufzunehmen, was du uns zu sagen hast. Und bitten dich, dass es zu unseren Herzen spricht und wir davon lernen, dass dein Wort zur Kraft wird in uns und unsere Herzen verändert. Danke, Herr, für dein Wort und für die Zeit jetzt in deinem Wort. Bitte segne du diese Zeit und sprich zu uns, Herr. Amen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 22. Ich habe letztes Mal ein Vers ausgelassen, mit dem wir uns heute befassen wollen. Es ist der Vers 6 und es geht um Erziehung. Eigentlich ein Thema, was immer wieder auftaucht im Buch der Sprüche, was eigentlich das Thema der Sprüche eigentlich schlechthin auch ist. Ein Buch der Erziehung, ein Buch, wo es um Erziehung geht. Und Gott hat ganz viel zum Thema zu sagen in der ganzen Bibel von Anfang bis zum Ende. Er hat ja den Menschen so geschaffen, dass er nicht alle Menschen auf einmal geschaffen hat, sondern tatsächlich nur einen Mann und eine Frau. Und er hat sie zusammengefügt, hat gesagt, ihr beide sollt eins sein, eins werden, eins sein. Ihr sollt ein Fleisch werden und zwei, die eins werden in der Liebe vereinigt. Ja, sie bringen Frucht, sie sollen fruchtbar sein, sich mehren, Kinder entstehen. Kinder wachsen auf, werden in diese Welt hineingeboren und sind dann nicht Einzelwesen, sind nicht irgendwie Individuen, sondern sie sind Kinder ihrer Eltern. Und sie kommen auf die Welt, Kinder kommen auf die Welt und können fast nichts. Ich weiß nicht, ob ihr mal so irgendwelche Tiersendungen gesehen habt, Dokumentationen über Tiere der verschiedensten Arten. Und da ist es ja schon etwas sehr Auffälliges, dass viele Tierarten, wenn sie ihre Babys bekommen, ihre Kinder bekommen, dass die schon viel mehr können als die kleinen Menschenkinder. Wenn dann irgendwie so eine Giraffe dann ihr Baby gebiert und das plumpst dann runter, irgendwie auf die Erde, dann berappelt es sich, wird ein bisschen von der Mutter abgeleckt und dann fängt es, steht es schon gleich auf und fängt an wackelig so die ersten Schritte zu machen. Wie lange dauert das bei einem Menschenbaby, bis das die ersten wackeligen Schritte macht? Ein Jahr vielleicht. Manche sind ein bisschen früher dran, manche sind dann später dran mit anderthalb oder so. Also die Menschen, die brauchen echt lange dafür, für all diesen ganzen Kram. Ja, Gott hat das aber so eingerichtet. Die Menschen kommen auf die Welt als kleine Babys, sind unglaublich hilfsbedürftig und zuwendungsbedürftig. Und ja, sie können eigentlich fast nichts. Sie würden ohne Mutter und Vater nicht überleben. Und Gott hat das gefallen, hat das so eingerichtet. Und weil das so ist, weil die Menschen so hilflos sind, brauchen sie ihre Eltern, dass sie sich um sie kümmern, dass sie sie aufziehen, dass sie sie lehren, die einfachsten Dinge. Und deswegen ist die Bibel aber auch voll davon, dass Gott uns Rat gibt, Wegweisung gibt. Sozusagen eine Unterweisung, ein Unterweisungsbuch, damit wir die Hilfsbedürftigen, die Kleinen, die Schwachen begleiten können, ihnen helfen können zu wachsen, dass sie lernen können, dass sie reifen können. Und ich muss an ein paar Verse im fünften Buch Mose denken. Mose als der Lehrer des Volkes Israels, als Prophet, als derjenige, der die Worte Gottes an das Volk weitergegeben hat. Er spricht im fünften Buch Mose, erinnert das Volk nochmal. Er ist schon sehr alt, er wird bald sterben. Und er ruft all die Worte in Erinnerung, die Gott so im Laufe der Zeit gesprochen hat und gibt ihnen die Wegweisung, die sie brauchen, wenn sie jetzt in das Land einziehen. Mose wird nicht mitgehen. Und so erinnert er sie an all die wichtigen Dinge. Und eins der ersten Dinge, die er ihnen in Erinnerung ruft, sind die zehn Worte, die Gott am Berg Sinai zu ihnen gesprochen hat. Den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, auf Grundlage dieser zehn Worte, wir nennen sie auch die zehn Gebote. Und das ist in Kapitel 5 von fünften Mose. Und in Kapitel 6 sagt er dann wichtige Worte, die dem Volk Israel so wichtig geworden sind, dass sie zu einer Art Glaubensbekenntnis geworden sind. Schon zu Jesu Zeiten war das so. Als Jesus mit den Schriftgelehrten über die Frage debattiert hat, was ist denn das wichtigste Gebot, was Gott uns gegeben hat, dann entsteht die Antwort. Und einer der Schriftgelehrten, er zitiert das Glaubensbekenntnis. Das steht hier in fünfte Mose 6, Vers 4. Und da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Da steht der Name Gottes, Jahwe. Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Man kann auch übersetzen, Jahwe, er ist einer. Und das Wort 1, was da steht, ist dasselbe Wort, was am Anfang steht, in 1. Mose 2, wo Gott Mann und Frau geschaffen hat und sie zusammengefügt hat und gesagt hat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Dieses betonte Zahlwort 1 wird dort genau verwendet und hier an dieser Stelle auch. Gott ist ein Gott. Er hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, in Liebe vereint. Das ist das Geheimnis des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es sind nicht mehrere Götter. Es sind nicht drei Götter, die sich zusammensetzen und dann irgendwie als drei Götter sich immer so darüber einigen, was sie so machen und was sie so unternehmen. Nein, sie sind der eine Gott, in Liebe vereint. Und das ist das Glaubensbekenntnis hier am Anfang. Und sie greifen damit einfach nur das aus, was Gott gesagt hat. In den zehn Worten sagt er nämlich, ich bin Jahwe, dein Gott. Gott, ich habe dich aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn es gibt keine anderen. Es gibt nur den einen Gott. Es gibt nur den einen Schöpfer des Himmels und der Erde. Es gibt nicht mehrere. Das Wahnsinnige ist, dass obwohl es keine anderen Götter gibt, wir dennoch andere Dinge, geistliche Mächte, Menschen, Geschaffenes zu unseren Göttern machen können. Wir können ihnen diese Position geben, die nur Gott alleine gebührt, weil er derjenige ist, der mich geschaffen hat, der der Herr über Himmel und Erde ist, der Zeit und Raum geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Nur ihm gebührt diese Position in meinem Leben, mein Gott zu sein. Aber wir Menschen, wir nehmen uns andere Dinge. In unserer Sündhaftigkeit, in unserer Rebellion gegen Gott, nehmen wir uns etwas anderes, was diese Position einnimmt. Bis zu der völlig idiotischen Sache, dass man sagt, ich bin mein eigener Gott. Hast du dich selbst geschaffen? Hast du dich selbst ins Leben gerufen? Machst du es, dass deine Pumpe geht? Dass du Sauerstoff aus dieser Luft herausziehen kannst und dadurch atmen kannst? Bewirkst du es in dir, dass die Nahrung, die du aufnimmst, dann irgendwie umgeformt wird in Energie? Bewirkst du es, dass die Pflanzen irgendwie wachsen, aus denen dann Brot hergestellt wird? Bist du Gott? Aber manche Menschen, die sagen, ich glaube an keinen Gott. Ich alleine bin mein eigener Gott. Wir machen uns eigene Götter, aber es gibt nur einen Gott. Und so hat Gott sich offenbart dem Volk Israel und hat gesagt, ich bin Gott. Ich bin euer Gott. Ich bin der eine Gott. Und das heißt aber nicht, dass er nicht der dreieine Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt gar keine anderen Götter neben mir. Also habe du auch keine anderen Götter neben mir. Und deswegen sagt Israel als Antwort, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Kein, kein anderer Gott neben ihm. Und dann sagt Mose, gibt Mose diese erste wichtige Aufgabe. Er deutet das erste Gebot noch einmal anders aus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was bedeutet das eigentlich? Gott sagt es auch in den zehn Geboten an einer bestimmten Stelle. Und hier wird es nochmal besonders betont. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also, was heißt es, dass dieser Gott mein Gott ist? Es heißt, ihm gehört ganz mein Leben. Ich bin, er hat sich mir ganz gegeben, ich gebe mich ihm ganz. Ich will ihn lieben. Und darum geht es. Es geht um eine Liebesbeziehung. Das, was wir vorhin am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Gott möchte eine Familie mit uns haben. Dazu hat er uns geschaffen. Am Anfang, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, dann sieht man, die Menschen sind wie seine Kinder. Er ist ein liebender Vater, der seine Kinder um sich scharen will, der mit ihnen Gemeinschaft haben will, der mit ihnen die Schöpfung genießen will. All das Herrliche, was er geschaffen hat. Er möchte die Liebe, die er selber ist und die von ihm ausfließt, er möchte, dass in dieser Liebe wir verbunden sind und dass diese Liebe uns ganz einnimmt, unser ganzes Herz erfüllt ist von dieser Liebe. Und die Liebe ist ja nichts, nicht einfach nur ein Gefühl. Liebe ist nicht einfach nur dieses Gefühl, dass ich geliebt bin, sondern Liebe ist etwas, was nach außen strömt, was sich dem anderen hingibt. Und so liebt Gott uns und möchte, dass wir ihn lieben und dass es dadurch eine Liebesbeziehung wird. Das ist also sein Herz, sein Herzenswund. In dem, was ich bin, Herz, mein Innerstes, meine Seele, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft soll ihm gehören, auf ihn bezogen sein. Liebe ist das, worum es geht, im Glauben. Und dann steht hier weiter in Vers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Das ist das Erste und Wichtigste. Das, was ich dich lehre, was ich dir weitergebe, die Worte, wisst ihr, die Worte, das sind die Gedanken von Gott. Von unserem Schöpfer, der uns liebt, von unserem Vater, der uns liebt. Er hat gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Seine Gedanken sollen mein Herz erfüllen. Sie sollen in meinem Herzen sein. Sie sollen in meinem Innersten sein. Es sollen meine Gedanken werden. Seine Gedanken sollen meine Gedanken werden. Wisst ihr, und so ist es. Wir lernen ganz, wenn wir es wirklich mal ganz genau betrachten, ich habe ja fünf Kinder, und sie waren alle, als sie geboren wurden, waren sie kleine Würmchen. Die konnten nicht sprechen. Warum konnten sie nicht sprechen? Weil sie es noch nicht gelernt hatten. Was heißt das, dass sie nicht sprechen? Konnten sie, wir sehen ja diese lustigen Filme dann, was weiß ich, guck mal, wer da spricht oder so, gab es mal früher so einen Film irgendwie. Das, und das ist dann der Witz, dass das Baby eigentlich schon denkt, wie ein Erwachsener, nur noch nicht sprechen kann. Aber so ist das nicht. Das Kind kann nicht sprechen, es denkt aber auch noch gar nicht. in Worten, in Begriffen, in Gedanken. Wenn es anfängt zu sprechen, dann sind das irgendwelche Laute, blablabla, so, und dann irgendwann kommt es so, Mama, das Kind hat Mama gesagt. Wir sind ganz aufgeregt, oh, das Kind hat Mama gesagt. und das Kind guckt einen an und denkt so, irgendwie scheint das ja hier Erfolg, ein Erfolg zu sein. Ich sage es jetzt wieder mit erwachsenen Gedanken, das denkt das Kind natürlich nicht. Aber irgendwie stimuliert es das Kind, dass solch eine Freude da ist und vor allen Dingen, es nimmt wahr, dass die Mutter oder der Vater sagt dasselbe Wort, was ich gesagt habe auch. Das klingt ja genauso. Und irgendwie weiß es aber noch nicht so richtig, wie es dieses Erfolgserlebnis wiederholen kann und dann brabbelt es wieder so vor sich hin und zufällig kommt wieder so ein Mama und dann wieder, ja Mama, Mama, wo ist die Mama? So, ne? Und zehnmal sagen dann die Eltern Mama, 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 ne? Und das Kind hat nur einmal Mama gesagt, so, ne? Aber die Eltern so, Mama, Mama, ja, sag mal Mama, sag mal Mama. Und irgendwann, Mama, ja, genau! Und dann, und so kommt es nach so vielen Wiederholungen, dass dieses Wort, was zufällig aus dem Munde des Kindes herausgekommen ist oder wo die Eltern lange Zeit da auf das Kind eingewirkt haben, sag doch mal dieses ganz einfache Wort, Mama, sag das doch mal. Irgendwann kommt es, das heißt, die Eltern haben ihr dieses Wort, diesem Kind, dieses Wort eingepflanzt und irgendwann wird dieses Wort zu seinem eigenen Wort und irgendwann begreift es auch, was dieses Wort bedeutet. Es ist nämlich der Name für diese Person, die sich um mich kümmert, die sich mir hingibt, die für mich da ist, die mich liebt, die mir zu essen gibt, wenn ich Hunger habe, die mir Wärme gibt, wenn ich friere, die mich tröstet, wenn ich traurig bin, die mir den Popo abwischt, was da so unangenehm ist, irgendwie am Popo immer und so, und die mir irgendwie hilft, wenn irgendwo so ein Röpsack quer liegt und das ist Mama. Es braucht so lange, bis ein Mensch ein Wort lernt und mit diesem Wort aber auch einen Gedanken lernt und noch mehr als einen Gedanken Vertrauen lernt. Wie viel Mühe, wie viel Liebe kostet es, einer Mutter seinem Kind zu vermitteln, du bist von mir 100% geliebt, von mir 100% angenommen, du kannst mir vertrauen. Wie viele schlaflose Nächte braucht es, damit ein Kind lernt, dass es keine Angst haben braucht bei Mama, dass es geborgen ist, dass es sicher ist. Wisst ihr, und das ist hier Gottes Herz, er sagt, du musst es lernen, ich will es dich lehren, ich will dir zeigen, dass ich dein Gott bin, ich will dich, und deswegen spricht Gott seine Worte, er spricht und spricht und spricht, er hat einen riesen, dicken Wälzer verfasst, alles mit Worten Gottes, und durch seinen Geist spricht und spricht er in unser Leben hinein, um uns seine Gedanken zu lehren, dass wir verstehen, dass wir verstehen dieses Wort, aber, Vater, dass wir wirklich begreifen, was es bedeutet, mein Vater, unser Vater, dass es nicht eine Worthülse ist, dass es nicht ein falscher Gedanke, denn wir haben, wie gesagt, unsere Bilder von unserem Vater, unserem leiblichen Vater im Kopf, und dann denken wir immer, wenn wir das Wort Vater hören, ja, dann denken wir an unseren, unseren leiblichen Vater, und einige von uns haben, da kein besonders schönes Bild vor Augen, von Gott neu zu lernen, durch seine Worte, durch seine Liebe, durch seine Zuwendung, neu zu lernen, wer er eigentlich ist, was er über uns denkt, seine Gedanken zu lernen, die ja tief und weit sind, viel weiter und größer, als unser menschliches Verständnis es überhaupt, ergreifen kann, und er möchte, dass diese Worte in unserem Herzen sind, er möchte uns sprechen und denken lernen, lehren, dass wir, wir sind seine Kinder, und er möchte, dass wir tatsächlich auch seine Kinder sind, und alles von ihm lernen, und für manche von uns ist das so, wir haben das vielleicht mit der Muttermilch aufgesogen, weil unsere Kinder, weil unsere Eltern genau das gemacht haben, was Mose hier dem Volk Israel ans Herzlicht, er sagt nämlich, in 5. Mose 6, hier weiter, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, und wenn du aufstehst. Ich finde es interessant, er konstruiert ganz viele Situationen, Lebenssituationen, Alltagssituationen, und sagt, guck mal, überall sollst du eigentlich davon reden, von den Worten Gottes, von dem, was du von Gott gelernt hast. Die Gedanken Gottes, das, was dein Herz erfüllt, soll übergehen, von deinem Mund aus. Guck mal, Jesus hat das gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, das fließt aus dem Herzen raus, aus deinem Mund. Und du kannst in gewisser Weise daran erkennen, was dein Herz erfüllt, wenn du mal dich beobachtest selber, dir selber mal zuhörst, und denkst, was rede ich eigentlich den ganzen Tag? Daran kannst du eigentlich erkennen, wovon dein Herz erfüllt ist. Wenn dein Herz von den Worten Gottes, von den guten Gedanken Gottes erfüllt ist, dann redest du da auch die ganze Zeit von. Und das möchte Gott, dass wir Eltern, unsere Kinder erziehen, dass wir ihnen die Worte Gottes weitergeben, aber nicht als eine fromme Lehre von oben, irgendwie aus einem religiösen System heraus, weil man das ja so machen muss als Christ, sondern weil dein Herz davon erfüllt ist, weil du den Herrn von ganzem Herzen liebst. Und dann ist das authentisch, dann ist das echt, dann ist das wahr. Sonst ist es Heuchelei und das will Gott nicht. Gott will keine heuchlerische religiöse Erziehung. Das ist ihm zuwider. Gott möchte, dass Menschen mit der Liebe erfüllt sind und mit seinen Worten erfüllt sind, dass er selbst in ihnen wohnt und dass dann die Kinder das aufnehmen, aufsaugen, was ihre Eltern ihnen ganz natürlich weitergeben. Deswegen ist es überhaupt gar nicht so kompliziert mit der christlichen Erziehung. Es ist eigentlich ganz einfach. Lebe mit Gott. Sei ein Kind Gottes und lerne von ihm. Lebe die Liebesgemeinschaft mit ihm aus. Nimm seine Worte in dein Herz auf. Nimm ihn selbst in dein Herz auf. Liebe ihn von ganzem Herzen und dann gib es einfach weiter. Lebe es einfach aus. Es ist gar nicht so kompliziert. Also hier steht es. Hier wird es uns vor Augen geführt. Gott hat es seinem Volk nahegelegt. Erziehe die Kinder. Gib ihnen diese Worte weiter. Und zwar indem du immer davon redest. Wisst ihr? Und das ist auch ein ganz typisches Merkmal von Erziehung. Es ist ständige Wiederholung. Wie gesagt, wir lernen ein Kind sprechen, indem du ihm die Worte immer und immer wieder vorsagst und es antwortet mit diesen Worten. Und so ist es ein ständiges Miteinander wiederholen. Dann auch später in der Schule doch auch. Ich meine, einige von euch sind hier, haben Kinder im Schulalter, haben das so mitgekriegt mit dem ganzen Zuhause lernen und so weiter. Haben da vielleicht mal ein bisschen mehr Einblick bekommen, was da eigentlich abläuft die ganze Zeit in der Schule. Und gerade in der Grundschule. Es ist so viel Wiederholung. Warum? Weil es so lange braucht, bis wir uns eine Gewohnheit antrainiert haben. Weil es so lange braucht, bis wir eine Sache ganz automatisch machen. Ich weiß es nicht. Da gibt es sogar Statistiken und Untersuchungen. Ich kenne die Zahlen nicht. Wie oft du eine bestimmte Sache machen musst, damit du sie wirklich kannst. Aber es gibt da so bestimmte Zahlen. Und die sind extrem hoch. Ich habe das mal irgendwann gelesen. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber man muss eine Sache wirklich so oft immer wieder wiederholen, bis man sie kann. Und deswegen ist es Gott wichtig, dass wir ständig davon reden, dass wir es immer und immer wiederholen, damit wir es lernen, damit wir es nicht vergessen, damit es uns in Fleisch und Blut übergeht. Es ist aber nicht einfach nur dieses oberflächliche Auswendiglernen, sondern es muss mit Leben erfüllt sein. Wenn wir unseren Kindern lehren, sei aufrichtig, sag immer die Wahrheit. Und wir tun es selber nicht. Dann ist das nur oberflächlich. Die können uns zwar sagen, ja Gott hat gesagt, wir sollen immer die Wahrheit sagen. Aber sie machen es nicht. Die wissen dann zwar, kennen die Gebote Gottes, tun sie aber nicht. Das ist überhaupt nicht das, was Gott möchte. Wenn wir aber selbst im Licht wandeln, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir mit unseren Schwächen, und das ist es. Wisst ihr, wir haben Gemeinschaft miteinander, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir aufrichtig unser Leben leben. Wenn wir auch unsere Fehler und unser Versagen und unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünde. und dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigte uns von jeder Sünde. Wenn wir aber im Dunkeln wandeln und das bedeutet, wir bekennen unsere Sünde nicht. Wir sagen, wir leben so, wir tun so, als ob wir keine Sünde haben. Und so viele Kinder wachsen mit ihren Eltern auf und denken, die machen immer alles richtig. Die sagen zwar mir immer, was ich alles falsch mache, aber selber machen die immer alles richtig. Die haben nie davon gesprochen, dass sie mal einen Fehler gemacht haben. Sie haben nie um Vergebung gebeten. Und dann wird ein Kind irgendwann so schlau und durchschaut das Ganze und erkennt, das ist gar nicht die Wahrheit. Es ist gar nicht so, dass meine Eltern keine Fehler machen. Sie bekennen es nur nicht. Sie geben es nicht zu. Sie sind nicht aufrichtig. Sie leben nicht in der Wahrheit. Und mir sagen sie immer, ich soll immer aufrichtig und wahrhaftig sein? Ne. Das kann es doch nicht sein. Wisst ihr, deswegen, wir müssen diese Worte in unserem Herzen haben. Sonst können wir sie nicht lehren. wir müssen sie selber zu Herzen nehmen und ausleben. Erst dann können wir unsere Kinder die Worte Gottes lehren. Dann ist es richtige Pädagogik. Aber rede mit deinen Kindern drüber. In aller Offenheit, in aller Aufrichtigkeit. Und ja, das ist demütigend. Wenn du über die Worte Gottes redest, wenn du über Gott redest, über sein Wesen, seinen Charakter, ja, dann kommst du immer wieder an den Punkt, dass du bekennen musst, ja, und da bin ich nicht konsequent. Ja, und da muss ich mein Leben ändern. Ja, lass uns mal zusammen, als Familie, lass uns doch zusammen beten, dass Gott uns hilft, dass wir das jetzt mal anders machen. Wisst ihr, wir können uns auch als Familien, Eltern und Kindern, verbünden darin, Gott noch mehr zu lieben, ihm noch mehr zu vertrauen. In dem Sinne sind wir alles Kinder. Kinder Gottes. Und manchmal haben Eltern Angst davor. Sie scheuen sich davor, weil sie denken, dass sie dadurch an Respekt verlieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir verlieren an Respekt vor unseren Eltern, wenn wir, oder unsere Kinder verlieren den Respekt vor uns als Eltern, wenn wir nicht aufrichtig sind. Okay, also hier wird über Erziehung gesprochen, wie wichtig Gott Erziehung ist, aber auch im Neuen Testament. Lass uns mal zu einem Vers in dem Neuen Testament gehen, im Epheserbrief, Kapitel 6, Kapitel 6, Vers 4, sagt Paulus etwas zum Thema Erziehung. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich finde sehr interessant, dass hier Gott durch Paulus die Väter anspricht. Er sagt, Kindererziehung ist Männersache. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gehört hast. Wahrscheinlich hast du eher das Gegenteil gehört. Kindererziehung ist Frauensache. Was steht in der Bibel? Kindererziehung ist Männersache. Und das ist wichtig. Wisst ihr, Gott ist unser Vater und liebt uns als seine Kinder und kümmert sich um uns und lehrt uns und zeigt, teilt sein Leben mit uns. Und wir haben so viele Väter kennengelernt. Wir haben so viele menschliche Väter, die genau das Gegenteil sind. Die sich rausgezogen haben aus unserem Leben. Die nichts mit uns zu tun haben wollten. Die das zu anstrengend fanden. Die das alles der Mutter überlassen haben. Ja Mutter, mach du mal. Das ist nicht mein Gebiet hier. Nein. Die Männer haben die Verantwortung, was die Erziehung angeht. Ja und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Dieser Kerl mit den Kindern, oh nein, das kann ich den Kindern nicht zumuten. Ich muss ihm eine Hilfe machen. Ja ohne die Hilfe hätte er ja auch gar keine Kinder. Aber er hat Mann und Frau zusammengestellt. Er hat dem Mann eine Frau zur Seite gestellt, damit sie ihn unterstützt, damit sie ihm hilft in dieser Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Vater, erziehe dein Kind, deine Kinder. Ziehe sie auf, nähre sie, pflege sie. Das ist deine Aufgabe, Vater. Und ich gebe dir eine Frau an deine Seite, die dich darin unterstützt, die dir dabei hilft, die auch ganz viel dazu beiträgt, die ganz viel investiert in die Kinder. Und Gott hat es den Frauen so gegeben, so natürlich, den allermeisten Frauen, die haben wirklich diese Gabe auch, sich hinzugeben für ihre Kinder. Ja, sie haben sie ja getragen, sie haben sie zur Welt gebracht, sie sind doch die Mütter. Aber wisst ihr, Gott sagt den Vätern ganz bewusst, du bist verantwortlich für das Kind. Schieb die Verantwortung nicht ab. Du sollst das Kind lehren. Du sollst dich dem Kind zuwenden, so wie ich, Vater im Himmel, mich dir zuwende. So wie ich für dich sorge, so wie ich dich schütze, so wie ich für dich kämpfe, so wie ich mich für dich hingebe, so wie ich mit dir meine Weisheit teile, so will ich, dass du, Vater, deinen Kindern dich hingibst und für sie da bist und Vater bist und sie wachsen lässt, ihnen hilfst, dass sie wachsen können, dass sie gedeihen können. Herr, vergib mir, dass ich da so versagt habe. Und Gott hat Vergebung für alle, die darin versagt haben, alle Väter. Und es ist auch wichtig, wenn du einen Vater hast, der darin versagt hat, dass du ihm vergibst. Aber Gott möchte uns lehren, jetzt, heute, da, wo du jetzt stehst, wo du jetzt bist, lass dich lehren darin, wie Gott die Dinge sieht. Lass dich neu hinziehen zu deinem Vater im Himmel, dass du neue Vater-Kind-Beziehungen lernst und erlebst mit ihm zusammen. Er kann all den Mangel, den du vielleicht von deinem Vater erlebt hast, er kann das ausfüllen. Er kann dir das geben. Er ist dieser wunderbare Vater, der mit dir durchs Leben geht und dir die Dinge des Lebens zeigt, der sie dir erklärt, der dich auf den richtigen Weg wird, der dir Orientierung gibt, der Weisheit für dich hat, der aber auch voller Liebe ist, Barmherzigkeit, der dir aufhilft, der dich zurechtbringt, wenn du wieder mal dich verlaufen hast und voll gegen die Wand gefahren bist, der dich aufhebt, der dich ermutigt. Du darfst diese Beziehung neu leben und neu lernen und darfst sie dann umsetzen in dein Leben, sei es nun als Vater oder als Mutter, sei es als Vater und Mutter von leiblichen Kindern, sei es als ein ideeller Vater und Mutter. Wir wachsen ja alle, wir werden alle älter und es gibt jüngere Menschen, die Orientierung brauchen, die Ermutigung brauchen, die Zuspruch brauchen, die das Wort Gottes brauchen, dass wir sie ihnen weitergeben. Das hängt nicht nur an deinen eigenen Kindern, an deinen leiblichen Kindern. Und es bezieht sich auch auf Menschen, die vielleicht gerade frisch zum Glauben gekommen sind. Und sie sind vielleicht schon älter, aber sie sind im Glauben auch noch kleine Kinder und brauchen Ermutigung und Stärkung. Und du bist vielleicht berufen, als geistlicher Vater, als geistliche Mutter mitzuwirken an der Aufzucht, an dem, dass sie wachsen und gedeihen geistlich. Es ist nicht nur hier ein Wort an die leiblichen Väter, an die leiblichen Mütter. Es ist ein Wort, was uns mit hineinnimmt im Gottesgroßen Plan, nämlich, dass wir eine Familie Gottes sind und dass er unser Vater ist. Jetzt gehen wir noch mal in die Sprüche, Kapitel 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Das ist eigentlich ein Ermutigungsvers. Für alle, die diesen Dienst tun, sich hingeben als Eltern, gib nicht auf. Resigniere nicht. Auch wenn du das immer und immer wiederholen musst, auch wenn du immer wieder mit denselben Problemen konfrontiert bist, gib nicht auf. Es lohnt sich am Ende. Wisst ihr, das ist doch etwas, was ihr kennt vielleicht aus eurem persönlichen Leben, wo ihr denkt so, boah, ich habe das so drauf. Bestimmte Sachen, die müssen so sein in meinem Leben. Da hast du bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Dinge, wie du sie tust. Was weiß ich, wenn du aus dem Zimmer gehst, du denkst gar nicht drüber nach. Es kommt automatisch, du machst das Licht aus. Das sind ja so Sachen, die man kennenlernt, wenn man heiratet. Dann lernt man jemand anders kennen, man lebt dann mit jemand anders zusammen, der anders geprägt ist, der was anderes gelernt hat. Meine Frau, die hat dann gelernt von ihren Eltern, nee, das Licht lässt du bitte an, weil das ist energiesparend und so weiter. Das verbraucht viel zu Energie, das Licht an- und auszuschalten. Und ich habe nun gelernt, man macht das Licht immer aus. Jetzt kommst du zusammen, als Mann und Frau, der eine sagt, ja, es ist ganz automatisch, dass ich das Licht anlasse. Der andere, ich mache es aus und es ist ein munteres immer Licht an- und ausmachen, weil irgendwie passt es nicht. Und dann muss man sich darüber verständigen und muss einen Weg gemeinsam finden. Aber diese Handlung ist so tief drin, weil ich sie von meinen Eltern gelernt habe. Die ist mir so tief eingegraben worden, dass sie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das Lustige ist, diese kleinen Dinge des Lebens, die wir genau so machen, weil wir sie genau so von unseren Eltern gelernt haben, wir geben sie auch an unsere Kinder weiter. Und da sind wir total straight. In diesen Dingen, wovon wir überzeugt sind, das geben wir auch ganz überzeugt an unsere Kinder weiter. Die müssen das auch so machen. Und da legen wir dann Wert drauf. Also es ist ein Ermutigungsvers. Es ist tatsächlich so. Wenn du bestimmte Dinge deinen Kindern nahe bringst, dann bleibt das ihr Leben lang. Wisst ihr, und wenn wir als Eltern unseren Kleinen ein Leben zeigen, mit ihnen ein Leben leben, wo Gott in der Mitte ist, wo Gott derjenige ist, wo ich Zuflucht finde, wenn meine Kinder sehen und hören und wissen, wenn man in Not ist, dann betet man. Wisst ihr, das ist so eine krasse Situation aus meiner Familie. Ich hatte eine Situation, ich hatte irgendwie, ich sollte eine Darmspiegelung kriegen und irgendwie habe ich mir das nicht genau durchgelesen. Dann lese ich am Abend vorher, ja man muss irgendwie schon mehrere Tage irgendwie ja auf die Ernährung achten, bestimmte Sachen nicht essen und ab dann und dann soll man gar nichts mehr essen und dann soll man dieses Zeugs trinken und so weiter. Und ich habe das nicht genau gelesen und hatte das alles nicht gemacht. Und am nächsten Morgen sollte ich die Darmspiegelung kriegen. Und ich habe, plötzlich ist mir so eine Verzweiflung über mich gekommen, oh nein, Mist, ich habe das jetzt nicht alles gemacht, was soll ich denn jetzt machen? Ich denke so, oh was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Oh nee, oh was soll ich denn jetzt machen? Ich war richtig so, irgendwie hat es mich überfallen. Und dann eine kleine Kinderstimme, ich höre sie erst überhaupt nicht. Ich habe sie erst überhaupt nicht, sie hat bestimmt fünf, sechs, sieben Mal wiederholt. Und dann höre ich irgendwann dieses Kinderstimmchen, das so in einer gewissen Verzweiflung, weil es die Antwort hat auf meine Frage, aber merkt, dass sie nicht durchdringt bei mir. Sagt, beten, beten, Papa beten. Ich denke so, das ist die Stimme Gottes. Mein Kind sagt mir, was ich zu tun habe. Sie weiß es, was zu tun ist, wenn man in großer Not ist, wenn man irgendwie in Verzweiflung ist, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann weiß sie das. Wovon hat sie, sie hat das gelernt bei uns. Und das wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. Es wird vielleicht der Tag kommen, wo sie hinausgeht in diese Welt und das sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Rebellion in sich, wird sie sich davon abkennen und sagen, nee, irgendwie will ich jetzt doch mal mein eigenes Leben leben. Aber wisst ihr, das wird nie, nie völlig verschwinden. Und irgendwann wird der Punkt kommen. Wisst ihr, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, er haut ab von seinem Vater und sagt, ich will weg hier. Aber als er in der Schweinekule sitzt und in sich geht, so tief in sich hineinhorcht, wisst ihr, was er da findet? Da findet er das Bild seines Vaters, wie er die Tagelöhner so großzügig behandelt. Das, was sein Vater praktiziert hat zu Hause, die Güte und Liebe, das hat sich so tief in ihm eingegraben, dass das in diesem Moment hervorkommt und ihn dazu inspiriert, wieder zurückzukehren zum Vater. Und das ist es, was wir unseren Kindern ja mitgeben in ihr Leben hinein, von klein auf als christliche Eltern. Wir geben ihnen mit. Da gibt es einen Gott, der dich liebt, der uns liebt, der mich liebt. Ich bin von ihm abhängig. Wir erwarten alles von ihm. Wir empfangen auch alles von ihm. Er hat eine Lösung für alle unsere Probleme. Er ist für meine Schuld gestorben. Ich habe Vergebung von ihm bekommen und ich bekomme immer wieder Vergebung von ihm. Und das ist nicht nur etwas, was ich erzähle, sondern was unsere Kinder erleben in unserem Alltag. Und wisst ihr, das wird unsere Kinder auf diesen richtigen Weg ausrichten. So werden sie auf den richtigen Weg ausgerichtet. Der Weg ist ja unser Leben und der Weg hat einen Anfang und er hat ein Ziel. Und das Ziel ist die volle Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen ist der Weg, auf den wir unsere Kinder schicken, ist der Weg der Heiligung hin zu dem heiligen Gott. Dahin richten wir sie auf. Es ist wie diese Pfeile. Gott spricht auch von den Pfeilen. Unsere Kinder sind Pfeile und wir schießen sie ab in eine bestimmte Richtung. Wir geben ihnen ihr Leben eine bestimmte Richtung. Und da ist es gut, dass wir sie auf das Ziel ausrichten. Wohin geht es denn im Leben? Was ist das Wichtigste im Leben? Gemeinschaft mit Gott, die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gottes zu empfangen und dann mit Gott in der Liebesgemeinschaft zu leben. Aber dieses erziehe dem Knaben seinem Weg gemäß heißt auch, auf seine Persönlichkeit einzugehen, auf das Kind einzugehen in seiner Persönlichkeit. Das, was Gott in dieses Kind hineingelegt hat, soll sich entfalten. Nicht einen bestimmten Plan dem Kind aufzudrücken. Du musst so werden, du musst so werden. Das sehe ich. Nein, das, was Gott in dem Kind sieht, soll sich entfalten. Da brauche ich viel Weisheit von Gott, dass er mir hilft, dass sich diese Dinge entfalten können im Leben des Kindes. Dass ich das Kind darin unterstütze. Und dann wird es nicht weichen davon, wenn es älter wird. Wir springen noch einmal ganz schnell hier in Vers 15, da geht es nämlich auch nochmal um Erziehung. Haftet Narrheit am Herzen des Knaben? Die Rute der Zucht entfernt sie davon. Wenn das Wort Rute kommt, dann sind wir immer schon sehr hellhörig. Die Sprüche, das darf doch nicht sein. Lass uns mal nochmal einmal kurz zum Abschluss das richtig verstehen. Haftet Narrheit am Herzen des Knaben? Narrheit ist die Torheit, ist diese Selbstüberheblichkeit. Ein Kind wird geboren und ist kein Heiliger. Unsere Kinder, wenn sie geboren werden, sie sind nicht aus dem Geist geboren. Nein, sie haben eine sündhafte Natur. Das heißt, von Natur aus verstehen sie nicht, können sie nicht Gott untergeordnet leben. Lieben sie Gott. Nein, das tun sie von Natur aus nicht. Sie kennen Gott nicht. Sie müssen ihn erst kennenlernen. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass sie närrisch sind in diesem Sinne der Sprüche, Toren sind, nicht begreifen, worum es im Leben geht. Dass sie so von sich selbst eingenommen sind, dass sie denken, sie sind die Könige der Welt. Es ist ganz normal. Deswegen muss man sie nicht verprügeln, deswegen muss man sie nicht anschreien, sondern liebevoll erziehen. Aber man muss ihnen diese Grenzen setzen, man muss sie da rausführen, denn wenn das an ihnen haftet, dann werden sie ihr Leben lang damit herumrennen, mit dieser Torheit, mit diesem dummen Gedanken, ich bin der Gott dieser Welt. Alles tanzt nach meiner Pfeife. und dass sie Gott nicht kennen und lieben lernen, dass sie ihr Leben lang in dieser Torheit bleiben, das ist etwas, das soll nicht an ihnen haften. Wisst ihr, das ist wie eine Klette, die, wenn du durchs hohe Gras gehst und da sind Kletten, ich weiß nicht, ob du das mal hattest, dann schlingt sich das so um die Beine und du willst das so abstreifen, aber das geht gar nicht so richtig. Dann musst du schon richtig, und dann nimmst du die Ruth, den Stock, du nimmst den Stock, um das so abzumachen oder du bist irgendwo reingetreten, in irgend so was gut duftendes. Dann nimmst du auch den Stock, um das irgendwie erstmal abzukratzen, damit es nicht mehr an dir haftet. Du entfernst das und darum geht es hier, das Entfernen. Wisst ihr, dieser Vers ist teilweise so übersetzt worden und so verstanden worden, dass man einem Jungen die Dummheit ausprügeln könnte. Man muss ihn nur doll genug schlagen, dann schlägt man sozusagen die Dummheit aus ihm heraus. Das ist völlig falsch übersetzt und völlig falsch verstanden. Die Route ist die Erziehung, die Route der Erziehung, der Zucht. Die Hinwendung, die Zuwendung, die liebevolle Zuwendung, dass sich kümmern, ja auch Strafen gehört dazu, aber es geht hier nicht darum, dass einem Kind Dummheit ausgeprügelt wird, sondern dass durch die Erziehung, durch das aktive Handeln von Vater und Mutter an dem Kind, dass dadurch diese Narrheit verschwinden kann. Natürlich kann ein Kind immer auch sich bockig machen und sich dagegen wehren, aber die Hingabe, dass man sich kümmert um seine Kinder, dass man für sie da ist, dass man sie lehrt und leitet, dass man sie auch erzieht und Grenzen setzt, dass man dann auch konsequent ist und bei grober Übertretung der Grenzen dann auch Strafen erteilt, das gehört alles dazu, zu dem ganzen Prozess der Erziehung. Aber das müssen wir hier richtig verstehen. Es geht um die liebevolle Erziehung des Vaters zu seinen Kindern, dass er sich hingibt, dass er für sie da ist, dass er ihnen gute Gedanken weitergibt, dass er sie ausrichtet auf das richtige Ziel im Leben und das alles nicht äußerlich als eine Aufgabe, die ich jetzt übernehme, ein Job, den ich mache, sondern weil ich selber Kind bin, weil ich selber Kind meines Papas bin, weil ich ihn liebe, weil seine Worte in mir sind, weil ich selbst diesen Weg gehe, möchte ich meine Kinder mit auf diesen Weg nehmen. Möge Gott uns dazu helfen, durch die Kraft seines Geistes, dass wir solche Väter und Mütter sind, sei es leibliche, sei es geistliche. Amen. Amen.